Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Diese verdammten Anleger! Die Aktien gehen in den Keller! Mensch! Und dieses Lügenpresse ist schon wieder schuld! Der Horizon 3000 ist angeblich schneller, günstiger und auch noch verfügbar! Verdammt! Los! Ideen! Wir könnten schon wieder den neuen Sockel auf den Markt bringen. Wir heben die Preise an! Vielleicht bringen wir mal 10 Anometer raus und senken das an die Preise? Warum sich die Konkurrenz vor Horizon 3000 in Acht nehmen muss, erfahren Sie in der PC Games Hardware 09 2019. Darin gehen wir unter anderem auch auf Overclocking und RAM Tuning mit den neuen AMD Prozessoren ein und natürlich auch die X570 Boards. Außerdem im Heft der große Grafik-Showdown zwischen GeForce Super und AMD Navi. Gehäuse bis 120 Euro, SSDs mit PC-Express 4.0 und natürlich auch, was PC-Express 4.0 bei Grafikkarten bringt. DVD-Käufer erhalten außerdem Vikings Wolves of Midgard, ein brutales Fantasy-Action-RPG aus dem Jahr 2017. Dumm! Dumm, 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 dumm! Was ist das?